hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch schnell zeigen wie wir das problem lösen können wenn wir uns plötzlich keine bilder mehr anschauen können auf dem pc oder laptop und zwar beim versuch ein bild zu öffnen bekommen wir die fehlermeldung hier es kann vielleicht auch eine andere sein eventuell die lösung wird denke ich die gleiche sein und ja das geht ziemlich schnell und einfach und zwar müssen wir die foto app in dem fall reparieren einfach die windows taste hier drücke nach unserer app suchen in meinem fall hier fotos ja das gilt übrigens das kann man auch so machen ja auch für andere apps unter windows 10 hier einfach mit einem rechtsklick auf die entsprechende app hier dann hier app einstellungen öffnen und hier haben wir einmal die möglichkeit das zu reparieren die app ja zack meistens funktioniert das im besten fall wir können mal testen genau schon können wir die fotos wieder öffnen ja das geht wirklich ratzfratz sollte das nicht nicht funktionieren haben wir hier noch mal die möglichkeit die app einmal komplett zurückzusetzen kann ich auch schnell machen hier geht auch ziemlich schnell und ja schon ist die app wieder in ordnung und wir können die bilder öffnen kann man wie gesagt mit anderen apps gibt es die möglichkeit auch die zu reparieren oder zurückzusetzen ja das war es auch schon alles was ich euch jetzt schnell zeigen wollte ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal